Ich heiße dich herzlich willkommen heute im neuesten Video. Ich bin der Manuel Erk, Beziehungscoach und Therapeut und heute sprechen wir mal über narzisstische Mütter. Das ist nämlich ein Thema, was mir häufig in Einzelsitzungen begegnen, nämlich die Töchter dieser narzisstischen Mütter. Deswegen werden wir heute über die Merkmale sprechen einer narzisstischen Mutter, die Folgen, die es davon hat und wie du damit am besten arbeiten kannst. Bevor das Video losgeht, wollte ich dich noch kurz einladen zum nächsten kostenlosen Coaching-Abend, der jetzt bald stattfindet, wo ich wieder deine oder eure Beziehungsfragen und auch Single-Fragen beantworten werde. Du kannst dich dafür, wie gesagt, kostenlos anmelden und findest alle Infos auf www.emanuelerk.com oder hier unter diesem Video. Ich habe schon sehr, sehr viele Videos rund um das Thema Narzissmus gemacht und schon einiges dazu erklärt und in jedem Video mag ich immer vorab so ein Disclaimer reinbringen. Was wichtig ist bei Narzissmus, es gibt ganz unterschiedliche schwere Grade. Und noch mal, fast jeder Mensch hat narzisstische Wesenszüge. Das ist einfach eine ganz typische Überlebensstrategie. Dennoch gibt es natürlich Ausprägungen, wo das Ganze kritisch wird und besonders halt, wenn es um die Eltern-Kind-Beziehung geht. Vielleicht hast du es selber schon mal erlebt, innerhalb von Partnerschaften ein solches Verhalten und hattest einen Partner oder eine Partnerin mit so narzisstischen Wesenszügen. Aber besonders heftig ist es einfach in der Eltern-Kind-Beziehung und ganz entscheidend zwischen Mutter und ihrem Kind. Heute werden wir ganz speziell darüber sprechen, welche Auswirkungen eine narzisstische Mutter auf ihre Tochter hat. Da größtenteils ich mit weiblichen, klären Arbeit. Ich möchte erstmal mit dir beginnen, dass wir die Merkmale durchsprechen, an denen man narzisstische Mütter erkennen kann. Beziehungsweise narzisstische Eigenschaften oder Strategien einer Mutter. Was ist da so ein bisschen das Typische? Und ich werde hier heute mal klassische Strategien oder Merkmale einer narzisstischen Mutter nennen. Das Erste, was sehr auffällig ist bei einer narzisstischen Mutter, dass sie immer nach Bewunderung strebt. Nach Bewunderung und Anerkennung. Das sowohl von ihrem Umfeld als auch von dir als Kind. Das heißt, da ist oft immer so eine Verdrehung in dem Ganzen. Dass es immer so komisch ist, dass ich meiner Mutter Liebe geben muss. Dass ich meiner Mutter Anerkennung geben muss. Und dass das Ganze nicht andersrum läuft. Aber wenn wir nichts anderes in der Kindheit kennen, ist das quasi für uns das Klassische. Dann ist das für uns das Normale. Also eine Mutter, die nicht dienend sein kann für ihr Kind, also nicht für das Kind da sein kann, sondern das Kind quasi missbraucht für die eigene Bestätigung. Und besonders halt für das eigene Bindungstrauma. Oder das Liebestrauma, muss man eigentlich genauer sagen. Diese Lücke, die sie in sich hat, versucht sie über das Kind zu stopfen. Dann ein weiterer Aspekt, der gerade bei narzisstischen Eltern oder narzisstischen Müttern hervorgeht, ist der Missbrauch des Kindes. In der Hinsicht, dass es gebraucht wird für die eigene Selbstbestätigung. Das heißt, du bist wie der verlängerte Arm der Mutter und das Selbstbild der Mutter. Und merkst, hier geht es nicht um mich, sondern es geht sehr viel darum, was will meine Mutter über mich verkörpern. Das heißt, da ist immer so eine große Thematik, zum Beispiel, wie musst du dich in der Öffentlichkeit benehmen. Was denken die anderen, ja? Was sollst du leisten? Wie sollst du sein, ja? Dass es ganz wenig um deine eigenen Bedürfnisse geht, sondern primär darum, dass du so bist, wie es für deine Mutter am wertvollsten ist. Beziehungsweise wie sie am meisten Anerkennung über dich bekommt, ja? Das heißt, sie gebraucht dich auch, um weiterhin Lob und Bestätigung für sich zu bekommen und du wirst ein Teil ihrer Fassade. Und das ist für Kinder ein tiefes Gefühl von Einsamkeit und sich verlassen fühlen. Also hier geht es nicht, also nicht ich werde geachtet, nicht das, was ich will, sondern ich werde immer übergangen, ja? Und es zählt nur das, was meine Mutter möchte. Und das ist ganz früh so ein Verlorengehen in dem Ganzen. Und auch besonders, dass die eigenen Bedürfnisse einfach vollkommen wegfallen, sondern es ist immer nur eine Orientierung an der Mutter. Und ein, sich komplett einsam und verlassen fühlen. Aus dem resultiert auch schon das nächste Merkmal, nämlich die Mutter hat Mühe, sich hineinzuversetzen in die Perspektive des Kindes, ja? Oder empathisch mit dir zu sein. Das heißt, du hast immer wieder das Gefühl, die versteht mich einfach nicht, ja? Die ist einfach nicht eingestimmt darauf, was ich brauche oder wie es mir geht, sondern die lebt vollkommen in ihrer eigenen Welt. Und ist darin auch extrem rücksichtslos. Und das ist natürlich für Kinder heftig, ja? Weil sie ja in ihren Bedürfnissen und in den Impulsen, die sie in ihnen auftauchen, angewiesen sind, besonders eben auf die Mutter. Dass sie diese Bedürfnisse achtet und im besten Fall auch erfüllt. Habe ich jetzt aber eine Mutter, die kein Einfühlungsvermögen hat, also vollkommen getrennt ist von ihren eigenen Gefühlen, von ihrem eigenen Wesen, Denn dann ist sie auch nicht empathisch mit mir, sondern eher rücksichtslos und lehnt mich gerade für meine Bedürfnisse ab. Also ich merke hier, es ist nicht sicher, ich zu sein. Das ist häufig so eine Erfahrung. Und das mit der Mutter, ja, ist natürlich einfach sehr einschneidend für ein Kind. Dann, wenn das Kind älter wird, spürt man das umso heftiger. Weil narzisstische Mütter neigen extrem zur Kontrolle des Kindes. Das heißt, du wirst kontrolliert und manipuliert. Und da wird ganz, ganz viel mit Schuldgefühlen gearbeitet. Das heißt, deine Realitätswahrnehmung wird von der Mutter verdreht. Und du wirst immer manipuliert, für sie da zu sein. Du kannst mich doch jetzt hier nicht alleine lassen. Warum meldest du dich denn nicht? Alles habe ich für dich getan, ja. Und du bist jetzt so zu mir, ja. Das heißt, immer wenn du dich distanzierst, arbeitet sie sofort mit Schuldgefühlen, mit Schuldzuweisungen. Und das meistens schon von klein auf. Denn Schuld ist ein Thema, mit dem man Menschen extrem gut manipulieren kann. Das heißt, sie benutzt dich, um sich nicht einsam zu fühlen. Und manipuliert auch deine komplette Wahrnehmung. Das heißt, immer wenn deine Richtung weg von der Mutter ist, beginnt sie quasi, dich zu attackieren oder dich zurückzuholen. Und das kann natürlich extreme Ausmaße einnehmen. Es gibt einmal diese reinen Schuldzuweisungen und diese emotionale Manipulation. Aber so kommen wir auch schon zum nächsten Merkmal. Diese Mütter neigen sehr zur Aggression. Das heißt, man merkt auch, dass wenn ich abweiche von dem, was sie will, wird es gefährlich für mich. Und die sind nicht sehr rücksichtsvoll darin, ihre körperliche Macht auch auszunutzen. Das heißt, dass sie wirklich gewalttätig oder übergriffig werden können oder emotional aggressiv. Und natürlich müssen wir noch andere Formen von Aggression einbeziehen. Nämlich auch jemanden mit Liebesentzug und mit Distanz oder Mauern zu bestrafen, ist eine Form von Aggression, die ausgelebt wird. Das heißt, die Mutter benutzt ihre eigene Machtposition als Mutter, um dich dafür zu bestrafen, wenn du nicht dem folgst, was sie will. Und das erzeugt ganz früh in dir eine absolute Verwirrung. Du merkst irgendwie, das hier ist alles nicht stimmig, ist es nicht sicher, aber ich kann hier auch nicht weg. Das ist häufig so dieser innere Zustand oder so ein tiefer Zustand von Einsamkeit. Und dann ist es ein bisschen abhängig davon, welche Grundstruktur das Kind hat, mit dem es in die Welt kommt. Wir haben natürlich einfach so Grundcharaktere, die uns so ein bisschen in die Wiege gelegt werden. Und dann gibt es Kinder, die sich dieser Mutter vollkommen unterwerfen, in so eine extreme Anpassung kommen, versuchen lieb, nett, sich komplett selbst zurückzunehmen. Und es gibt Kinder, die dann anfangen zu rebellieren. Das können sie natürlich noch nicht als kleines Kind, das heißt, sie machen das eher verdeckt und versuchen sich dann extrem zu distanzieren von der Mutter. Oder nur so gewisse Aspekte ihr zu zeigen und dann alles im Geheimen auszuleben. Und das hat natürlich beides Auswirkungen später aufs Erwachsenenalter. Wenn ich immer lieb und nett bin, ziehe ich natürlich auch meistens wieder einen narzisstischen Partner an. Das heißt, ich erlebe das Ganze wieder erneut, erlebe wieder Grenzüberschreitungen, all das, was für mich bekannt ist. Und habe dann häufig ganz viele Parallelen eben zu meiner Mutterbeziehung. Habe ich eher dieses nicht wirklich auftauchen dürfen, sondern verdeckt quasi zu rebellieren und zu protestieren. Dann habe ich das gleiche Problem in Partnerschaften, dass ich dort auch mal unbewusst das Gefühl habe, hier darf ich nicht ganz ich sein. Hier darf ich nicht ganz auftauchen. Oder mich gar nicht erst auf jemanden einlassen. Also niemals lasse ich wieder jemanden so an mich ran, damit er mich so manipulieren und eingrenzen kann wie meine Mutter. Also all das hat quasi auch später Folgen oder Auswirkungen auf unser Beziehungsverhalten. Und das letzte Merkmal, was nochmal entscheidend ist, auch gerade eben im Erwachsenenalter, ist, dass sie sich unangemessen ins Leben einmischt bei dir. Das macht sie natürlich gerade, wenn du kleiner warst, noch mehr oder in deiner Pubertät. Aber dass sie selbst, wenn du erwachsen bist, du das Gefühl hast, wie ihr Rechenschaft zu schulden oder dass du nicht das machen darfst, was du willst, dass sie nicht alles von dir erfahren darf, dass du Sachen geheim halten musst. Dass sie immer beginnt, dich auch wieder auch als Erwachsene kontrollieren zu wollen und bestimmen zu wollen, was du machst und was du nicht machst. Alles halt als Produkt ihrer narzisstischen Wesenszüge, weil du natürlich einerseits ihr Kind bist und dadurch benutzt sie dich meistens, um ihre eigenen Einsamkeitsgefühle nicht zu fühlen. Und andererseits will sie dich ja auch wieder als ihren verlängerten Namen benutzen. Du sollst das tun, was für sie am gewinnberingendsten ist und das vermeiden, was für sie vielleicht nicht stimmig ist. Und das hat natürlich immense Auswirkungen auf uns. Und gerade bei Müttern mit solchen Wesenszügen sieht man natürlich ganz klassisch, was Entwicklungstrauma oder Bindungstrauma bedeutet. Nämlich das sind meistens nicht ein einschneidendes Erlebnis, was du hast, sondern es sind die Summe ihrer destruktiven Verhaltensweisen und destruktiven Reaktionen auf dich als Kind. Das bedeutet, wenn ich immer wieder merke, wenn ich in mein Bedürfnis auftauche, werde ich dafür klein gemacht. Oder wenn ich immer wieder merke, es geht hier nicht um mich, sondern ich werde gebraucht als verlängerter Arm für Liebe und Anerkennung meiner Mutter. Dann merke ich immer, wie immer mehr mir kaputt geht, dadurch, dass das Stück für Stück die ganze Zeit wieder stattfindet und mein ganzes Kindheitsmilieu prägt. Das heißt, das wird meine Eingravierung, wie ich später mich wahrnehme und auch das Leben. Das heißt, ich nehme das Leben als nicht sicher wahr, dass ich mich auf niemanden verlassen kann. Wenn ich mich nicht mal auf meine eigene Mutter verlassen kann, was glaubst du, was wir dann für einen Bezug zum Leben haben? Dass ich das Gefühl habe, ich darf nicht ganz da sein, meine Bedürfnisse sind nicht wichtig und werden nicht geachtet. Meine Grenzen werden permanent übergangen. Ich darf gar keine Grenzen haben. Ich muss Aggression dulden. Ich muss Manipulation aushalten. Und was besonders schlimm ist, gerade bei narzisstischen Müttern, ist eine vollkommene Verdrehung der Realitätswahrnehmung. Das heißt, wenn ich mit Klienten arbeite, die eine solche Kindheit hatten, die wissen manchmal gar nicht mehr, was ist jetzt richtig und was ist falsch. Und was besonders bei ihnen verloren geht, ist dieser Zugang zu, was ist stimmig für mich. Das heißt, sie glauben immer, wenn eigentlich sie gerne was machen wollen würden, stellen sie immer ihre Impulse in Frage. Weil es immer so dieses, darf ich das? Ist es das Richtige? Weil eine solche Mutter macht es kaputt, diesen Zugang dazu wahrzunehmen, was für mich eigentlich das Richtige und das Stimmige ist. Weil das niemand wissen kann, außer ich selbst. Und das hat natürlich katastrophale Auswirkungen auf spätere Leben. Dass wir gar nicht wissen, wo geht es hin, welche Beziehung tut mir gut, welches Leben möchte ich führen. Sondern vollkommen diese Verbindung zu mir wird gekappt oder zerstört, indem ich dauerhaft eine solche Mutterbeziehung hatte. Aber wichtig, die Katze ist nie in den Boden gefallen. Ja, sagt man das so? Ja. Also das heißt auch, als Erwachsener können wir uns rauslösen aus dem Ganzen. Und das Erste ist auch wieder hier dieses Video. Diese Videos, die ich aufnehme, sind meistens immer dieser erste Schritt in der Entwicklung. Weil es geht darum, innere Klarheit, innere Differenzierung zu bekommen. Und dass vielleicht dieses Video dir Worte und Erklärungen gibt für das, was du permanent erlebt hast. Und das ist schon das Erste, wo etwas heilen oder zur Ruhe kommen kann. Wenn es sich innerlich organisiert und sortiert. Und dann geht es natürlich darum, diese Wunden aufzuarbeiten. Ja, wirklich diese inneren Strukturen nochmal auseinanderzufädeln, die sich da gebildet haben. Diese neuronalen Verkettungen, die sich in unserem Gehirn gebildet haben durch so eine Beziehung mit der Mutter. Und dass sich das Stück für Stück transformieren und heilen kann. Und ich wieder einen gesunden Bezug zu mir und einen gesunden Bezug zum Leben bekommen kann. Das bewirkt natürlich eine Veränderung und eine andere Herangehensweise, eine andere Beziehung zu mir, in meine Partnerschaften. Und besonders auch als Erwachsener zu meiner Mutter. Dass ich dann eine Erwachsenenbeziehung zu ihr führe, ihr Grenzen setzen kann. Oder wenn es sein muss, wenn es sogar heftiger ist, mich komplett von ihr distanzieren kann. Und da habe ich auch häufig Unterstützung für all die Gefühle, die dort auftauchen. Die Einsamkeit, die Schuldgefühle. Das innere Durcheinander. Dass das Stück für Stück im Prozess sortiert wird. Also wenn du dich wiedererkennst in dem Ganzen und merkst, oh ja, ich glaube, das ist das, was ich erlebt habe und ich möchte das gerne aufarbeiten. Ich möchte mich damit auseinandersetzen. Dann lade ich dich von Herzen ein, mit mir im Beziehungscoaching zu arbeiten. Du findest alle Infos immer zum Coaching auf www.manuelerg.com slash coaching oder auch hier einfach in dem Link unter diesem Video. Dort kannst du dich immer erstmal eintragen für ein kostenfreies Erstgespräch. Und da ist immer wichtig, dass wir nochmal genauer in deine Situation blicken und dir auch erklären können, wie arbeiten wir damit. Also das ist so eine klassische Beratung erstmal für dich. Und dann, wenn alles passt, dann machen wir erstmal noch ein Beziehungsanalyse-Gespräch für beide, wo wir nochmal gemeinsam dein Thema anschauen, wo du eine erste Analyse von mir bekommst. Dann können wir schauen, wie wir gemeinsam im Beziehungscoaching starten. Denn genauso eine Prägung, wie jetzt in diesem Video über die narzisstische Mutter, ist natürlich einfach gravierend für unser Beziehungsverhalten. Das heißt, es gibt ganz, ganz klassische Beziehungsprobleme, die daraus resultieren. Und häufig bringt man das gar nicht zwingend miteinander in Verbindung, sondern häufig fühlt es sich dann an, ich habe Probleme mit meinem Partner oder ich finde einfach niemanden oder ich fühle mich einfach unsicher im Kontakt. Ich bin lieber alleine oder ich werde sowieso immer verlassen. Und häufig hat aber das im Ursprung die Beziehung zu einer narzisstischen Mutter. Und wichtig ist an einer Stelle auch hier wieder klar zu sagen, all das sind Überlebensstrategien, die auch eine Mutter an irgendeiner Stelle entwickeln musste. Keiner wird extra so, sondern das sind Notsituationen aus der eigenen Kindheit, die diese Wesenszüge beeinflussen und einen diese Überlebensstrategien entwickeln lassen. Das ist immer wichtig, das im Kontext zu behalten, auch wenn es natürlich das Verhalten nicht entschuldigt. Aber auch das kann wieder ein bisschen Sortierung und Klarheit bringen. Und das Gute ist, dass wir an der jetzigen Stelle erwachsen sind. Und als Erwachsener haben wir die Möglichkeit, die Selbstverantwortung wieder zu ergreifen und einen neuen Zugang dazu zu finden. Und diese Themen, die wir in der Kindheit erlebt haben, für uns endlich zu lösen und zur Probe zu bringen. Also wie gesagt, wenn du dir dazu eine Begleitung wünschst, findest du alle Infos auf www.immanuelerck.com. Ansonsten, wenn dir dieses Video gefallen hat, teile es gerne mit Menschen, für die es relevant sein könnte, mit deinem Umfeld, mit deiner Mama, der vielleicht nicht, ich weiß nicht, ob das so offen ist für das Video. Aber kann auch für narzisstische Mütter sehr unterstützend sein, sich wiederzuerkennen. Nur wenn es sich um wirklichen Narzissmus handelt, dann wird das eher alles abgewährt. Aber das ist am Rande. Ansonsten, abonniere den Kanal, aktiviere die Glocke, damit du kein Video mehr verpasst. Und dann gib gerne dem Video auch noch einen Daumen nach oben. Und schreib mir mal in die Kommentare, ob du Erfahrungen mit einer narzisstischen Mutter oder auch mit einem narzisstischen Vater hattest. Und ob du dir auch eben nochmal ein separates Video wünschst zum Thema narzisstische Vaterbeziehung. Auch das ist ein sehr, sehr spannendes Thema. Also das schreibt mir gerne in die Kommentare. Ansonsten freue ich mich drauf, wenn wir uns dann kommende Woche im nächsten Video wiedersehen. Ich wünsche dir bis dahin von Herzen alles, alles Liebe, dein Emanuel.